Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Bevor wir ins Video starten, als allererstes Mal frohe Ostern an euch alle da draußen. Ja! 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 Ich hoffe, ihr wurdet gut beschert oder ich glaube, man sucht ein bisschen Süßigkeiten im Garten und sowas. Oder sucht man Süßigkeiten im Garten? Ostereier. Ich habe mir heute gedacht, wir testen mal wieder Döner vom Land. Und heute testen wir nicht nur einen Döner, sondern wir testen direkt zwei. Wir haben einmal Kappadokia Döner rausgesucht, der sich in Weilheim befindet. Und direkt nebendran in der Nähe in Schongau gibt es noch einen Dönerladen, der heißt Döner King. Beide haben super Bewertungen, beide haben sehr, sehr nice Rezessionen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Und Kappadokia Döner, Freunde, hat 4,6 Sterne und 350 Bewertungen. Und die Rezessionen sind auch wirklich überragend. Der Döner ist definitiv super und der Chef witzig. Man kann dort auch gut sitzen. Nur manchmal läuft die ganze Zeit Spongebob, das nervt. Aber 5 Sterne gibt es für den Döner. Und mit diesem Döner beginnen wir jetzt die Reise nach Weilheim. Kappadokia Döner. Let's go, gehen wir Döner essen. Fast das Auto kaputt gemacht gerade. Grüß dich, Abi. Servus, Abi. Wie geht's euch? Sehr gut. Kurze Frage, darf man bei dir im Geschäft filmen? Was machen? Darf man filmen bei dir im Geschäft? Und ich mache so eine Reihe, wo ich so Döner vom Land teste. Döner gegen meinen Bruder. Dein Bruder? Ja. Den gehen wir auch noch heute testen. Eine Ewigkeit später. So Freunde, auf jeden Fall. Von außen sieht der Laden cool aus. Ich habe leider ein bisschen schlechte Nachrichten. Der Chef möchte nicht, dass man bei ihm im Laden filmt. Was ich ihm auch nicht übel nehmen kann, wer nicht will. So ist es jedem seine Entscheidung. Und es ist schließlich auch sein Laden. Wir werden trotzdem den Döner testen. Ich werde mich nicht davon abbringen lassen, seinen Döner zu testen. Und wir schauen einfach gleich, was der Döner kann. Eine Ewigkeit. Eigentlich. Katastrophe, der Bruder. Der Typ langweilt mich gerade. Ich mache wieder aus, oder? Bis du dir überlegt hast. Ich habe drinnen gefragt, ob ich Döner oder ob ich drinnen filmen darf. Wie er vielleicht den Döner macht, dies, das. Er hat gemeint, nein, auf keinen Fall. Alles gut. Ich habe trotzdem einen Döner bestellt. Wollte dann draußen den Döner essen. Dann hat er extra nochmal sein Fenster aufgemacht, um mich wegzuschicken, dass ich draußen nicht esse. Und ihn auch nicht abfilmen darf und nichts dazu sagen darf und so. Weilheim ist trotzdem wunderschön, muss ich sagen. Ruhig. Wir haben Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht. Und wir sind trotzdem heute hier, nicht um den Verkäufer oder den Mitarbeiter oder den Chef zu testen. Sondern wir testen deren Döner. Ganz einfach. Und jetzt kommen wir zum Döner. Ich muss ehrlich sagen, das Brot sieht nice aus. Fleisch, Salat, Blaukraut sehe ich, Tomaten, zwei Maiskörner, ein bisschen Paprika und dann wieder oben schön Fleisch drauf. Ich habe extra ohne Soße genommen, weil er hat mich gefragt, als der Döner fertig war, so wie er jetzt ist, ob ich Soße möchte. Und dann weiß ich genau, was passiert. Dann kommt die Soße halt einfach nur noch oben drüber und dann hast du sie komplett im Gesicht. Meiner Meinung nach sollte die Soße im Brot als allererstes verteilt werden. Ich muss aber ehrlich sagen, der Döner ist gut. Echt nicht schlecht. Das Fleisch hat einen sehr, sehr geilen Eigengeschmack. Ich finde auch genau richtig an Salat, Gemüse. Ich sehe noch Gurken gerade. Er ist schön, ich sag mal, saftig. Das Fleisch hat einen guten Saft. Und Rucola ist auch noch drin. Also nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Der Döner kann was. Ehrlich nicht schlecht. Es ist ungewohnt, dass da so Gurken drin sind, oder? Selten. Ja, nicht immer. Hast du recht, ja. Okay. Okay. Also ich finde, es schmeckt sehr gut. Und mir schmeckt vor allem das Brot. Also man merkt, dass es selber gemacht ist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das selbst gemacht ist. Für mich ist es ganz wenig zu hart. Ganz leicht zu hart, weil man sich wehtut. Auch ohne Soße richtig saftig, so wie Randy gemeint hat. Und das Fleisch schmeckt auch sehr gut. Und auch nicht zu fettig. Das Brot ist, wenn man es hart nimmt, ein bisschen zu crunchy. Aber es kann schon sein, dass du dich so im Gaumen verletzt. Das Verhältnis von diesem ganzen Gemüse zu Fleisch, zu Brot, ist eigentlich auch perfekt getroffen. Ist juicy, gell, der Döner? Muss ich ehrlich sagen. Ohne Soße und trotzdem so heavy, nicht schlecht. Ich muss sagen, also das Fleisch ist gut. Das Fleisch hat so einen niceen Geschmack. Einfach wirklich. Du beißt in diesen Döner und du hast einfach dieses perfekte Dönerfeeling. Ich glaube, dass wenn er da noch so ein bisschen scharf reinmacht. Ich habe zwar gesagt mit scharf, ich glaube er hat es ein bisschen vergessen, weil er hatte dann auch keinen Bock mehr wirklich auf mich. Was auch nicht schlimm ist. Dann das Verhältnis Gemüse, Fleisch, oben Fleisch, unten Fleisch und in der Mitte einfach Gemüse. Dann hast du im Gaumen und auf der Zunge Fleisch. Was ich auf jeden Fall feiere. Fleisch kann man gefühlt nie zu viel haben. Und hier ist es nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist schon sehr, sehr gut. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich weiß, bei Ausländern alle sagen immer, das ist mein Bruder, das ist mein Bruder. Es hat aber schon sehr ernst geklungen, dass das wirklich sein Bruder ist. Dem Dönerking gehört. Wenn wir da jetzt hinfahren und da auch nicht drin drehen dürfen, wäre ich halt ein bisschen traurig. Dieser Döner ist gut. Punktende aus, das ist das Wort zu Cappadocia in Weilheim. Paprika drin, was ich jetzt unnötig finde, aber der einzige Minuspunkt bei mir wäre, dass Paprika drin ist. Das feiere ich nicht. Aber ansonsten, guter Döner. Du sitzt hier auf jeden Fall im Park, hast eine kleine Wiese vor dir, wo Leute ein bisschen spazieren gehen. Ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Burgmauer oder so. Cool auf jeden Fall, feiere ich. Jetzt mal wieder ein Döner vom Land, der sehr, sehr gut abgeschnitten hat. So Freunde, ich glaube ich werde jetzt mit dem Dreh noch mal ein Vier-Augen-Gespräch kurz machen. Und dann fahren wir weiter zum nächsten Dönerladen. 20 Minuten später. Ich habe doch kurz mit ihm geredet. Er ist eigentlich gar nicht so unfreundlich. Kurz zum Sachverhalt. Er sagt, viele Leute wollen ihm was Schlechtes, schreiben unter seinen Laden schlechte Rezessionen. Blieber blub, ich habe ihm kurz erklärt und klar gemacht, so hey bro, ist alles gut. Dein Döner ist gut und solange der gut ist, kann dir eh niemand was. Und Ende der Geschichte ist jetzt, er hat sich entschuldigt, ist alles gut, er ist freundlich. Und ja, der Döner ist trotzdem gut. Egal, ob er jetzt unfreundlich gewesen wäre oder nicht, der Döner ist gut. Das ist alles, was ich zu sagen kann. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir weiter. Döner King, wir kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man weiß nie, was in einem Menschen so abgeht. Ich bin da auch nicht das beste Beispiel. Wenn ihr auf jeden Fall in Weilheim seid oder Leute aus Weilheim seid, probiert diesen Döner. Sagt mir, ob ihr hier schon mal wart, schreibt es unten in die Kommentare. Und jetzt geht die Reise auf jeden Fall weiter nach Schongau. Willkommen in Schongau. Wir sind da. Und da ist einfach ein Smiley. Und Schongau ist ein schöner Fleck Erde, muss man ehrlich sagen. Ländlich, Fluss fließt hier, welcher Fluss fließt hier? Ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht die Isar? Die Isar? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich glaube schon, muss mal schauen. Das kann doch nicht hier sein, oder? Mal ganz kurz jetzt im Ernst. Wow. Ist das hier, oder was? Weiß ich nicht. Was ist das? Ich filme schon. Schöne Altstadt, muss man sagen. Wenn es Altstadt ist. Ah. Und ich glaube, da vorne sieht man schon den Dönerlade. Dönerking. Bevor wir natürlich aussteigen, ich zeige euch trotzdem ganz kurz den Loader. Die bayerischen Leute würden sagen, Schongau. Dönerking Schongau. Auch Schongau. Das ist der beste Döner aus Schongau. 4,7 Sterne, Freunde. 458 Bewertungen. Sehr guter Döner. Dönerteller interessiert uns nicht. Man wird immer sehr nett und lustig begrüßt. Das Brot wird täglich frisch gebacken. Die restlichen Zutaten wirken immer frisch und knackig. Alles an einen, alles in Ahne, was? Alles. Ich kann nicht lesen. Habe eine Dönerbox ohne Zwiebeln bestellt. Leider waren dennoch Zwiebeln drin und das Dönerfleisch zusätzlich auch noch kalt. Sehr schade. Es gibt immer Leute, die sich beschweren. Es gibt immer Leute, die keine Probleme finden. Und genau deswegen sind wir heute hier. Ist der Döner gut oder ist er schlecht? Hat ein Döner vom heutigen Video die Chance, der beste Döner vom Land zu werden? Aktuell muss ich immer noch sagen, Pamukkale, Wolfratshausen, Number One. Ich habe einen gehabt. Willkommen in Schongau. Schauen wir mal, ob wir wieder aus dem Laden vertrieben werden oder nicht. Was sagt ihr eigentlich zu diesen Schuhen? Ich habe Samia gesagt, es sind die schönsten. Es ist das schönste Modell überhaupt. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für euch, meine Freunde. Der ist es, Freunde. Döner King in Schongau. Döner and more. Von außen ziemlich auffällig. In so einem richtigen schwarz-orangenen Grill-Look. Taugt mir. Ich habe auch jetzt kurz gequatscht mit dem Besitzer. Und bei ihm dürfen wir im Laden filmen. Sehr, sehr freundlicher Besitzer. Kurz geht raus. Man kommt in den Laden rein. Zwei Spieße sieht man. Drei Kühlschränke mit Auswahl an Getränken. Auch ein sehr, sehr verhältnismäßig sehr, sehr großer Laden. Und dann drei riesen LCD-Bildschirme. Mit einmal Auswahlpizzen. Dann Tellerportionen, wo es sowas wie Iskender gibt. Döner Teller, Kapseln mit Reis. Dann Box und Pide. Also Döner Boxen und allerlei verschiedene Arten von Pide. Und ganz klassisch Döner und Dürre. Und jetzt würde ich mal sagen, als allererst probieren wir natürlich den klassischen Döner. Die Theke. Und ja, Freunde, ich weiß, ihr freut dich auch. Wir dürfen drin filmen. Ich bin auch glücklich. Aber kommen wir zur Theke. Man sieht Joghurtsoße. Die ganz klassische Joghurtsoße. Salat, Tomaten, Zwiebeln. Gemischt mit roten Zwiebeln. Weißes Kraut, blaues Kraut, Karotten. Und dann nochmal eine extra Schale mit gemischten Sachen drin. Von roten Zwiebeln bis weißem Kraut. Aber ich glaube halt nicht eingelegt, sondern ich würde mal sagen trockeneres Gemüse. Das war es eigentlich auch schon. Und das ist auch alles, was man für einen guten Döner braucht. Hast du zwei verschiedene Fleischarten? Nein, beide gleich. Trotan? Trotan. Crazy, okay. Aber war ein guter Trotan. Guter Trotan? War der brav, ja? Der war sehr brav. Sehr fleißig war der. Sehr gut. Wie heißt du, Chef? Joseph. Joseph. Randy, magst du dein Döner mit allem? Mit allem, ja. Oder mit alles? Mit allem. Mit allem? Okay. Ach, mit Liebe, Gersh. Magst du auch scharf? Randy. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Jalapeños, Randy. Nein. Machst du ganz klassische Döner? Machst du ganz klassische Döner? Ja. Da bist du bei mir richtig, Randy. Sehr gut. Hier, noch Randy. Dankeschön. Ein guter Randy. Lass dich schmecken. Danke. Nimm es einfach so. Okay. Wow. Danke. Sieht lecker aus. Gut, noch. Lass dich schmecken. Danke schön. Hab ich extra Getriebe gemacht. Danke. Sieht schön aus, eh? Ja, also. Das Rätsel ist aufgelöst. Da, wo wir waren, Cappadocia, ist nicht sein Bruder. Am Ende des Tages sind alle Menschen Brüder. Genau. Wow. Danke. Dankeschön. Danke. Was wir schmecken, machen wir. Freunde, wir haben auf jeden Fall auf diesem Tisch einen wunderschönen Döner. Zwei verschiedene Soßen nochmal extra draufstehen. Und Samir hatte noch Lust auf ein Käse-Spinat-Pide. Und ich würde auch sagen, bevor wir zum klassischen Döner kommen und den probieren, fangen wir mit dem Pide an. Bis jetzt, müssen wir alle ehrlich sein, komplett überzeugt. Der Chef, super freundlich. Die ganze Familie war da. Alle super nett. Ist ein schöner Vibe hier einfach in diesem Dönerladen. Es ist käsig auf jeden Fall, die Angelegenheit. Käsig. Man sieht, es ist bis hier hinten mit Käse gefüllt. Also ist cool gemacht. Es ist nicht nur, wo man den Käse sieht, sondern auch tatsächlich im Rand. Du klappst immer beim Pide, wie du gestern beim Apfelstrudel, klappst du immer rum. Ist immer beim Pide, sonst ist kein gutes Pide. Also Geschmack ist sehr, sehr gutes Pide. Ich weiß aber, was du meinst. Ist auf jeden Fall gefrorenes Pide gewesen, ja. Aber schmeckt super. Schmeckt super. Aber, wir kommen jetzt zum wirklichen Geschehen. Warum sind wir hier? Wegen dem Döner. Wie habt ihr es gesehen? Ich bestelle immer klassischen Döner mit allem. Diesmal haben wir auch ein bisschen Soße drin. Die Soße ist zwar trotzdem nicht ins Brot geschmiert, sie befindet sich zwischen Fleisch, Salat, Soße und dann ist nochmal Fleisch drauf. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt gar nicht so viel Tamtam um das Ganze, sondern wir probieren einfach ein Hähnchen-Truthandöner. Guten Appetit. Ich sag mal, der erste Biss natürlich, weil da nochmal eine schöne Schicht Fleisch drauf ist. ist ein bisschen sehr fleischig, was aber nicht schlimm ist. Ich persönlich mag das, aber ich sag mal, für den klassischen Standarddöner dürfte es ein bisschen ausgeglichener sein. Und das Brot, muss ich auch wieder sagen, ist schön crunchy, ist on point gemacht. Es sieht auch so aus, also es sieht schon selber gebacken aus. Und was ich auch feiere bei dem Laden hier ist, die haben eine coole Auswahl an Getränken. Ich habe hier Lemon Elderflower Fanta und Samia hat Mango Dragon Fruit. Lemon Elderflower, also Elderflower ist Holunder Fanta. Ich habe die schon mal probiert, aber nur im Ausland. In Deutschland habe ich die noch nie getrunken. Endgegner. Wie ist deine? Lecker. Brauchst nicht so trinken, als wäre es ein Werbespot. Das haben sie schon an mir. Koriander haben wir auch im Dönerz, haben wir gerade gesagt. Ich bin der Schlimmste, was diese Freude angeht. Ich sage immer Basilikum zu Koriander. Zu Koriander sage ich... Ja, umgekehrt. Ich sage immer falsch, aber egal. Ihr wisst, was ich meine am Ende der Frage. Also der dickste Kuss geht raus. Ich finde eigentlich, der Grundgeschmack des Döners sitzt, aber irgendwas passt mir nicht. Ich weiß nicht was. Danke dir. Also, Rendi, man sieht sich. Ja, danke. Sauerer war das, gell? Samia. Samia. Er kann sich keine Namen merken. Das weiß ich schon mal. Ciao, Wim. Aber das ist immer sehr schlecht. Ciao, ciao. Viel Spaß noch. Danke. Abschließendes Fazit zu dem zweiten Döner. Oder sagen wir zu dem kompletten Video von heute und überhaupt zu Döner vom Land. Ihr habt gesehen, Döner vom Land kann was. Döner vom Land heißt nicht immer, oh, schlechtere Qualität, schlechtere Zutaten oder weiß weiß was ich, nicht frisches, nicht frisch gebackenes Brot. Was ich aber heute sagen kann ist, Gewinner von heute und den muss man klar definieren, Kapadokia in Weilheim. Meine persönliche Meinung, ich sage euch auch immer in meinen Videos meine persönliche Meinung, ich hätte es ihm mehr gegönnt, weil er einfach der coolere und freundlicher ist. Trotzdem war der Döner bei Kapadokia besser. Warum? Er war einfach, wenn ich es in zwei Worten sagen kann, in drei Worten, er war saftiger. Mir hat die Saftigkeit bei diesem Döner ein bisschen gefehlt. Kommt hierher, probiert ihn selbst, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, Kuss geht raus. London, I'm from London, where are you from? Are you from London or from West Birmingham? Dein Atem riecht noch Zwiebeln.